Für die Aufgabe 4 muss man wieder Aussagen von oder Übervektoren richtig bewerten. Schauen wir mal, wir haben da eine Figur gegeben mit insgesamt 5 Punkten und dazu 5 Aussagen und man soll wieder schauen, was da stimmt. Na gut, schauen wir uns mal Aussage 1 an. Vektor von A nach B, gut, das wissen wir, das ist ja Endpunkt minus Anfangspunkt. Also B minus A bedeutet, das ist falsch und das ist richtig. Also hier mal ankreuzen. Gut, dann steht hier, es gibt ein K aus R, heißt also irgendeine Zahl, es gibt eine Zahl, sodass Vektor CD ist gleich irgendwas mal Vektor AB gilt. Gut, jetzt schauen wir uns mal an, der Vektor CD ist dieser hier, geht also von oben grad nach unten. Und der Vektor AB geht von hier grad nach oben. Diese beiden Vektoren sind parallel, wie man sieht. Hier geht er nach unten, hier geht er nach oben, aber parallel. Und das ist ja genau die Schreibweise für parallel. Das war ja auch Lernstoff, dass man das einfach sieht. Vektor ist gleich Zahl mal Vektor, bedeutet, dass die beiden Vektoren parallel sind. Deswegen hier richtig ankreuzen. Gut, auch etwas ganz Wichtiges, was man unbedingt lernen hat müssen für diese Schularbeit war, wenn ich einen Punkt will, muss ich zuerst mal bei einem Punkt losstarten. Und da sehe ich schon, dass diese letzte Zeile unmöglich stimmen kann, weil hier steht ein Punkt und hier steht ein Pfeil und hier steht nochmal ein Pfeil. Und wenn ich zwei Pfeile zusammenzähle, kann nie ein Punkt rauskommen. Also das ist sicher mal falsch. Das könnte richtig sein und das kann ich überprüfen, denn ich muss vom Punkt A losstarten, dann von A nach B gehen und dann von B nach C und schauen, wo ich hinkomme. Also gut, ich gehe von A weg, dann Vektor AB, also da noch rum, tuk, 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 jetzt bin ich da. Und als nächstes Vektor BC, tuk, 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 wo komme ich hin? Zu C. Was wird behauptet? Ich komme zu C an richtig. Also ankreuzen. Zusammengefasst, falsch, richtig, 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 falsch.